So, willkommen zu Zerstörung von Relikten, in Klammern NECK. Wer es noch von gestern weiß, wir verfolgen Katrina in einem High Heel Roboter. Ach ja. Das bösartige Gift-Relix ist jetzt in den Dreh. Wie fühlt sich das an, NECK? Prickelt ein bisschen. Alter, ist die alte krank. Hä? Ach ja, ich habe ja so ein Gift. Komm her, Fräulein. Böser Roboter. Ah, Sie haben den Weg freigemacht. Bis später, falls du überlegst. Oh, bei dem Tempo mache ich es nicht lange. Ich muss mehr Relikte finden, bevor ich völlig zerfalle. Kann dir das nicht einfach rausreißen? Das heißt, es ist vorsichtig sein. Ach, scheiße. Da stand irgendwas über Gift-Relikte. Neuer China-Müll. Woher hat eigentlich Katrina das ganze Wissen? Neues Spielzeug. 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 Der Schlüssel gehört uns! Tschüss! Da ist doch jetzt bestimmt ein Haken. Ach, hier sind wir jetzt. HALT! Relikte! Total krank, das Vieh. Hoffentlich ist die Katrina jetzt endlich verbrannt. Elende, gut aussehende Frau, was? Neuer China-Müll zum Zerdeppern! Neck, du musst den Schlüssel zurückholen. Wer weiß, was passiert, wenn sie ihn benutzen? Ähm... Merken die das eigentlich nicht, dass ich irgendwas in der Brust habe, was so komisch leuchtet? Wow! Ohhhh! MG-Power! Das war's! Ich bin weg! Wo ist meine Hauptkugel? Ja! Ja, genau. Die Hammer rein? Ja! Ich bin weg! Die Hammer rein! B tut ich mir um. Ja! Wieso? ussy? Wieso das mein ab? Ich bin weg! Hh! Ich bin weg. Schlüssel! Er... Ich bin weg. Ich bin weg. Kommt, mach mich voll. Ich glaube, das wird jetzt ein hartes Stück. Am besten einfach ruhig sein. Wow. Jetzt muss ich mich echt ganz schön konzentrieren, ey. Heftig. Das hier tut vielleicht weh. Noch mehr. Du alter Schabracke. Den Schlüssel nehme ich mit. Neck, überlasse ich dir, Katrina. Merkst du nicht, dass er dich benutzt? Na klar. Hat der hat der eine Relikte schnell versand? Ich bräuchte welche. Komm doch her, alte. Au. Ich brauche Relikte, aber schnell. Ganz schnell. Ich darf mich nicht zu oft erwischen lassen mehr. Komm. Alter, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nach links geguckt. Hallo. Das schaffe ich jetzt auf keinen Fall. Leck mich doch, ey. Doch. In der Luft getroffen werden, obwohl man ausweicht. Ich hasse sowas. Komm her. Ich bin doch ausgewichen. Na klar. Ach, fick dich doch. Fick dich doch, ey. Komm, Wolf. Los. eigentlich hat sie ja gecheatet, ne? Ach, komm, ey. Voll frustrierend. Was soll denn das? Was soll denn das? Was fällt hin und her? Ja. Oh, ich liebe diesen Anzug. Ach, Gott. Ich kriege hier echt gerade die Zornrosette. Alter. Ich weiche doch aus. Jetzt wird's nervig. So, jetzt warte ich. Ich lasse mich nicht nochmal treffen. Reliktleidenschaft. Toll. So, los, 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 los. Lauf doch. Ich hab langsam das Gefühl, das ist extra so. Darf ich fragen, was der scheiß Anzug gekostet hat? Alter. 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 Oh. Ja. Öh. Nein. Teure? Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Ich habe den Controller nicht in der Hand gehabt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bzw. ich mache mal eine Aufnahmepause jetzt. alter Verwalter.